Marjan, wo steht unser Skischleifhut? Hallo, da sind wir noch. Da war ich schon noch. Merk' mich, merk' mich. So eine Maschine. So ein Skischleifhut. So ein Skischleifhut. Marjan, wo ist er da? Jetzt beim Schleifhut. Jetzt beim Schleifhut. Jetzt beim Schleifhut. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist. Wie ist es? Wie ist es, wie es ist? Wie ist es? Ja, wo ist er, wo er dann? Ja, Marjan, ich habe noch Kerlbrot. Mach. Ja, das machen wir. Ja, ja. Ja, 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 das haben wir schiest Säme. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber was macht Marjole oder Schoko? Ja, Marjole. Das ist ein Maue, die Wauze. Ah, ja, die. Ja. Ja, ja. Ein paar Tanzen, ein paar. Ein paar Tudor haben wir mit dem Liro, oder? Also, das ist nicht ganz. Ich hab mal noch den Mocke auf, oder? Ja, ja. Ja, ja. Haben wir mit dem Liro, wo wir mit dem Luzer danzen. Also, ich hab mir halt ein paar Müll. Ja, ich hab mir halt ein paar Müll. Nur ein paar Feine, ja. Nur ein paar. Ein paar Sä, Marjan. Tade, halt ein paar Müll, ist ja ruhig. Ja. Ja, Mario muss auch so an diese Viertel tanzen. Oh, Mario eine Viertel tanzen. Wenn wir das Bett haben, haben wir den Boxen. Box hat! Boxkampf des Jahrtausends. Brauland, Paarudi. Karabanschen, Bubet, war? Karabanschen? Ja, was mit dem Tepo mit war? Ha, noch Feinde, da wo ich so be... Ah, da wo ich so bebaue. Ja, ja, das machen wir noch so beste, Mario, Paarudi. Karabanschen, Bubet, war, ist der Wirt, wo es war. Wurde, genau, sagst du, schau, wie es hört seine. Ja, da, da, da. Ja, ja, ja. Wir lesen die, Rudi. Ja, wo soll er? Ja, wo soll er? Ja, wo soll er? Ja, wo soll er? Ja. Ja, Mario. Ah, nix. Ausgut spinni, no, macht er nix. Ja, tschau dir, he. Marian, Paarudi. Ja, Rudi.